Willkommen, willkommen zurück zu Metro Last Night mit mir, Peter Bus von QEAT.de und wir schauen mal, wie es weitergeht. Okay, ich reiß mich zusammen. Ah, warum? Ah, warum bin ich hier reingelaufen? Ah, ha. Ah, ha. Ah, süß. Etwas, was nicht mutiert ist. Wahnsinn. Ja, nimm du halt die ohne Schaden. Mieser. Ich kann es nur umwählen. Komm mal rein. Okay. Achso, remember, if you want to lose, don't drop your gun, it means, okay? Ha, sweet. Ich habe einen Dingsbums entdeckt. Und ich schmeiß die ganze Zeit mein Messersinn los durch die Gegend, weil ich vergesse, dass SDRG schleichen, äh, Dings kriechen ist und nicht. Das ist hell. Das ist hell. Meinst du? Meinst du? Wait, 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 there's got to be an underground path somewhere around here. The Rangers would never cross the square out in the open. Okay, we could walk down the wing here. Okay, so much for the sun. Those clouds moved in fast. Echt? Jö-mö! 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 Das ist ja auch kein Wunder. Was ist hier rein? Oh, ne. Oh, ne 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 ne. Uh, ne neue Maske. Danke Mr. Skelett Dude. Ich will nur schauen was da ist. Fliegen. Noch ein bisschen Munizieren. Sie auch immer gleich so Gruppen bilden müssen. Du meinst, das hier? Du. 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 Und da und da habe ich jetzt eine doppelläufige Schrobschlinte. Das ist natürlich besser als die andere, ne? Was ist das hier? Das ist ein normales Gewehr. Das will ich nicht nehmen. Gibt es hier sonst irgendwas, was ich mitnehmen könnte? Warum versteckst du dich denn hier hinter der Couch, du Mistvieh? Kann ich an den drankommen irgendwie? Die Gasmaske? Nee, kein Filter, ist egal. Was ist das hier? Aha! Da war noch ein Filter drin. Ich wollte eigentlich nur das hier machen. Da, da, da! Warum sind immer die... Alter Schwede. Warum laggt das denn hier so komisch? Ernsthaft, jetzt? Also... Ah... Sag mal... Wie viel hundert Schuss halten die denn aus? Er hat nur eine Patrone gewechselt. Weil ich auch nur eine benutzt habe. Das ist ja sweet. Ich glaube, ich muss schon noch die Köpfe irgendwie treffen, damit das was bringt mit der Schrotflinte. Ansonsten sind die auch irgendwie... Nicht so richtig... beeindruckt. Das war jetzt ein bisschen Shit. Bestimmt hätte man das auch anders lösen können. Ah... Ah... I've heard stories about this place. Weird shit happens here. Hey, try opening it. I'll give cover. Okay. Gem? Oh, bl***, let's try together. Moving. Schon besser. 就會 go. Hey. they'd be on top. Hey. Hey! Hey, ihr seid. Hey, ihr seid! Hey! Ich fühle, ich weiß nicht, ich fühle... ...weird. Ach was! Du siehst auch diese Scheiße? Artjum, was ist das? Das ist meine Uhr, die sagt, was mein Filter abläuft. Ich bin kein Arzt, aber... Hm-mh. Nope. Sind sie nicht. Dude, warum läufst du eigentlich so wahnsinnig langsam? Was ist das denn? Komisch, dass so viele Sitze leer sind. Irgendwie haben die sich nicht gut ausgebucht. Hey, Bro. Ähh. Also die, die Passagiere sind schon eher schreckhaft. Fing er sofort anzusteigen. Haben wir die Raketen nicht irgendwie erst nachdem das hier alles angefangen hat, abgefeuert? Ich weiß jetzt nicht genau, warum mich das scheren soll. Irgendwie. Ich kenne die Leute nicht. Und so wie ich das sehe, ist fast die komplette Welt ausgerottet. Warum sollte es mich jetzt scheren, was mit diesem einen komischen Flugzeug passiert ist? Ah, Dude. Nicht doch. Das schert mich. Das ist mein Freund. Das ist mein Freund. Das sind Kumpels. Ach. Steam overlay. Okay. 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 Let's get out of this place. Now. Okay. 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 Go right. I think we'll find the entrance behind the building. Here. The demon. Take it down. Take it down. Hmmm. Ich möchte dem Tier nicht weh tun. Ah, es gibt beide Schrotflinden noch. Ähm. Pang! Ah, ups. What? Nope. Nope. Ah, oh. Ne, guter Plan. Au. Scheiß Plan. Ich sorg' mir für, dass es dich fein ist. Ich schulde dir was? Du spinnst ja wohl. Ich hab' mir das Problem nicht eben. Schau' mal. Wie geht das denn plötzlich die ganze Zeit aus? Was ist da los? Irgendwie zeigt er sich ein bisschen arg unbeeindruckt davon, dass wir gerade überrannt werden von Riesenraten. Auch die Musik ist grad so ein bisschen nicht spektakulär. Nämlich gerade von hinten gehauen oder ist hier noch irgendeine, die mich die ganze Zeit so... Und die Seite trifft. Wo ist denn? Das ging ja nirgendwohin, grad der Schuss. Ich bin einfach nur ins Leere gegangen. Au! Ja, ja. Also ich glaub' wenn man Blut abwischt von so einer Scheibe, dann sieht das nicht so sauber aus. Mit der Hand. Okay, gerne. Gerne. Einverstanden. Bitte, bitte komm' hier rü- Oh, Gott sei Dank. Ich dachte, der wird jetzt noch von hinten so weggezogen oder so'n Scheiß. Oh! Oh! Nicht? Nicht hier runter? Warum denn nicht hier runter? Ich bin schon da. Gerne. Äh, hallo? Tür? Knopf? Irgendwie sowas? Nein? Oh, die. Ah! Rechtsklick schießt beides auf einmal! Das ist in Ordnung. Ist eine halbwegs gute Attacke, wenn man denn mal damit treffen würde, was ich grade absolut nicht tue. Aber sind das einfach irgendwelche komischen Zwischensequenzen teilweise, weshalb ich die nicht treffe? Das ist schön, dass ihr da hinten Alarm schlagt. Und wie wär's, wenn ihr auch mal irgendwie dafür sorgt, dass wir reinkommen? Holy moly. Oh Gott. Au, 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 au. Ah. Ah. Also, so viel ist klar, ich bin nicht für die Apokalypse gemacht. Oh, zumindest wenn's mutiert, ne Riesenratten abläuft. Wow. Wow. Our short visit to dead Moscow, the phantom of the past, is over. Pavel and I helped each other out again and are returning down to the metro as real partners now. Super. Okay, Theater ist von der roten Armee, tralala. Und ich will zur Polis und eventuell bringt Pavel hier durch. In jedem Fall haben wir das schon mal überstanden. Der Trip nach Mallorca, so mehr oder weniger, war nicht so richtig effizient, als es nach Hause ging. In jedem Fall, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn's gefallen hat. Like da lassen, wie wär's zu sagen. Kommentieren, wie wär's noch nicht getan, abonnieren. Und wie immer sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut.